Was ein Dienstmann alles machen muss, ist ganz schön schwer. Trotzdem sagt er immer freundlich, bitte sehr. Mit dem Koffer auf den Rücken, einmal runter, einmal rauf. So ein Koffer, ja, der drückt beim Torlauf. So ein Dienstmann muss oft seinen Diplomat, denn so mancher Auftrag ist sehr delikat. Was es da so alles gibt, ist oft kein Spaß, doch das Allerschwerste, bitte, das war das. Dienstmann hier, Dienstmann da, nehmen's die Blumen da und schirren's an. Um's Eck, im dritten Haus, wohnt die Amalie, mein süße Maß. Was man sonst verlangt und sich kaum bedenkt. In die Donau sein's so gut, denn da drin, da schwimmt mein Hut. Dienstmann, bester Mann auf der Welt. Wenn sie das schaffen, ja, dann gibt's ein Geld. Und dann tragen sie uns dann nass ein Klavier noch in mein Haus. Sagen sie, meine Frau, ich komm erst morgen früh. Gehen sie heut für mich zur neunten Sinfonie. Und dann singen sie für mich das Lied. Dienstmann hier, Dienstmann da, nehmen's die Blumen da und schirren's an. Um's Eck, im dritten Haus, wohnt die Amalie, mein süße Maus. Da geben sie dann die Talie, das erste Maus, Amalie. Bis man dann ein Trinkgeld gibt und Amalie mich ewig liebt. Dienstmann, guter Mann, jetzt ist's genug. Jetzt haben sie für heute endlich einmal Ruhe.